Herbert Knebel, Paartherapie Boah, glaubst du, die Tage, da hab ich bei mir nochmal ganz anderes Händchen entdeckt für was. Man sagt ja so, da hat er ein Händchen für, wenn einer zum Beispiel Handwerklichkeit auf der Pfanne hat, oder einer hat ein Händchen für Kinder. Ja, das soll es ja wirklich geben, dass da welche mit den kleinen Rackern zurechtkommen, ohne sich die Nerven zu ruinieren. Oder es gibt auch jetzt welche, also eigentlich mehr Männer, die so ein Händchen haben für Frauen. Also, in dem Fall brauchst du aber schon zwei Händchen. Ja, mit Frauen hast du alle Händen voll zu tun. Ja, und ich hab jetzt so ein Händchen entdeckt für Männer und Frauen. Also nicht, dass sie jetzt denken, ich geh auf alle zurecht, nee. Sondern ich bin da mehr so in Sachen Wiedervereinigung erfolgreich gewesen. Und zwar, der Ralf Ambramicek, der Ralle und seine Frau, die Betsy, ja, die standen kurz vor der Scheidung, da ging nix mehr. Die waren richtig nickelig mit sich. Sie hat ihm nur noch Sachen gekocht, wo er von Furzen musste, also praktisch Rosenkohlkrieg. Und er hat sie dafür im Badezimmer beim Schminkern immer angeschubst. Die sah aus. Und so mussten die dran arbeiten gehen. Er, die ganzen Büroräume kontaminiert und sie an der Kasse, die Kunden erschreckt hat, die gedacht haben, ja, ist schon wieder Halloween. Ja, und durch diese Lieglichkeiten waren die dabei, sich gegenseitig ihr Grab zu schaufeln. Er war im Büro nix mehr tragbar und sie nicht an der Kasse. Also, wenn der Werdi nicht gewesen wäre, also der von der Gewerkschaft, mein ich, dann wären die achtkantig rausgeflogen. Ja, was tun? Ein paar Therapeuten hatten sie schon verschlissen, also ein paar, die hatten nach monatelanger Therapieversuche das Handtuch geschmissen oder zum Teil auch in den Sack gehauen. Ja, aber den einen hängt jetzt so ein Schild in der Tür, vor immer geschlossen wegen Berufsunfähigkeit. Die Ambramitschiks, die konnten sogar Psychologen an den Rand des Wahnsinns begleiten. Ja, und die Tage kam der Ralle in seiner Verzweiflung zu mir und sagte, Herbert, ich bin am Ende. Er steht kurz vor der Kündigung, keiner könnte mehr riechen, nicht mal er selbst und seine Frau schon gar nicht, also eher sie jetzt in dem Fall. Und er wird mit der Betsy Schluss machen und sie mit ihm dasselbe. Ja, und jetzt kam ich nämlich mit meinem Händchen zum Vorschein. Dann habe ich mir die beiden gepackt, ich sage, Ralle, ich komme morgen bei euch vorbei zum Essen und dann reden wir mal mit allen Mannen, wobei deine Frau ja kein Mann ist, ja, dann hätten wir das Problem ja nicht. Ja, ich sage die Betsy und ich wünsche mir nochmal den leckeren Rinderschmorbraten von eurer Hochzeit. Ja, und da saßen wir da zusammen, der Rinderschmorbraten, der Ralle, die Betsy und ich. Und irgendwie war direkt eine bessere Stimmung, wahrscheinlich, weil er durch den Braten nicht mehr pupsen musste und die Betsy machte an und für sich auch einen entspannteren Eindruck, wahrscheinlich, weil die Hütte nicht so vollgestunken war. Ja, und dann habe ich das Gespräch eröffnet. Ich sage, hör mal, hör mal, ihr beiden, ihr denkt vielleicht, da wäre nichts mehr zwischen euch, also, was euch verbindet. Ja, aber überlegt doch mal, Ralle, du willst die Betsy verlassen und Betsy, du willst den Ralle verlassen? Und euer Arbeitgeber will euch beide entlassen. Wollt ihr euch denn das gefallen lassen? Mensch, ihr habt doch so viel gemeinsam. Ich würde mir wünschen, meine Frau und ich hätten so viel gemeinsam. Und ich sage, Ralle, guck dich doch mal die Betsy richtig an. Richtig geschminkt werde ich doch was. Und Betsy, wenn sich das beim Ralle wieder mit der Verdauung einrenkt, dann weht ja doch auch wieder ein anderer Wind. Und auf einmal guckten die sich an, ganz gerührt, und die Tränen kullerten. Ich sage, so, ich lasse euch beide Verknallte mal allein jetzt. Ja, und da habe ich die Gunst von der Stunde genutzt und mich vom Acker gemacht. Sonst hätte ich da womöglich noch den Tisch mit abräumen müssen. Und für sowas, da habe ich ja gar kein Händchen. Und für sowas, da habe ich ja gar kein Händchen. Und für sowas, da habe ich ja gar kein Händchen. Und für sowas, da habe ich ja gar kein Händchen. Also okay. ajlarz